Die adaptive Antriebsstrangregelung ist eine Standardfunktion auf allen John Deere Harvestern der G-Serie. Diese Innovation optimiert das Fahrerlebnis, verringert den Kraftstoffverbrauch und, was am wichtigsten ist, erhöht die Produktivität. John Deere Forstmaschinen nutzen speziell für den Einsatzzweck gebaute Motoren aus unserem eigenen Motorenwerk. ADC ist ein automatisches Antriebsstrangsteuerungssystem. Mit dem ADC-System kann der Fahrer das volle Potenzial von Motorleistung und Drehmoment nutzen und das besser als bei herkömmlichen Systemen. Das ADC-System von John Deere ist patentgeschützt. Die Vorteile von ADC zeigen sich am stärksten beim Einsatz im Raumgelände, Baumstumpfen, Felsen und steilen Hängen. Hier einige Beispiele. Beim Überfahren von Hindernissen und bei Bergabfahrten mit voller Beladung reduziert ein optimales Drehzahlniveau den Lärmpegel. ADC sorgt für ein angenehmes Fahrerlebnis und steigert durch ein promptes Ansprechen des Motors die Arbeitsleistung des Fahrers.